Die Freiheitsglocke in Berlin hängt seit 1950 im Turm des Schöneberger Rathauses. Die Freiheitsglocke ist mit folgender Inschrift versehen. Möge diese Welt mit Gottes Hilfe eine Wiedergeburt der Freiheit erleben. Zurückgehend auf eine Tradition des Berliner Senders Rias ist die Freiheitsglocke jeden Sonntag um 11 Uhr und 59 Minuten in Deutschland Radiokultur zu hören. Gefolgt von den gesprochenen Worten des Freiheitsgenögnisses. Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!